Ich war heute im Supermarkt und beobachtete einen Mann, der minutenlang auf eine Kühltheke gestarrte. Er trug eine abgewetzte Jacke, die an den Ärmeln große Löcher hatte, darunter nackte Haut, und durch die Löcher zog die Kälte ein. Er versank mit seinem ganzen Wesen zwischen Joghurt und Milch. Dann ging er auf die Knie und begann zu weinen. Denk nicht zu viel nach. Das macht dich nur zu einem unerträglichen Menschen. Jeder hier tut, was er kann, und dann ist der Nächste dran. Ich kann mir das nicht anhören, wenn Leute mit sich selbst reden. Von sich selbst reden. Ich kann mich manchmal selbst nicht ertragen, wenn ich rede. Es wird ihm nie besser gehen. Denn damit es ihm besser gehen kann, bräuchte er ein Problem, das er lösen könnte, nach dessen Lösung es ihm besser ginge. Aber er hat kein Problem. Wir alle haben kein Problem. Es wird nicht besser, denn es ist schon gut. Es wird nicht besser, denn es wird nicht besser, denn es wird nicht besser, es wird nicht besser, denn es wird nur Mensch. Sag nicht, der Krieg kommt, denn sonst kommt er etwa noch. Wer den Krieg nicht kennt, fragt sich doch nur, wie es sein könnte. Du kannst ihn dir nicht vorstellen. Ich bin Ihnen leid, bitte. Lass ihn vor der Tür.